Jo Leute, ein paar Masken, guten Tag, ich liebe euch und willkommen zu einer neuen Folge SG, heute eine gewonnene Runde auf GOMMA, äh, Teams verboten, SG, ja, das wird es heute geben, ich hab mir extra die Mühe genommen, heute mal echt, äh, aufs Übelste, mal zu versuchen, ähm, für euch ein gewonnenes SG-Video zu bringen, das kam nämlich lang nicht mehr, weil ich einfach, keine Ahnung, kein Skill-Up, kann man fast sagen, ja, kann man eigentlich, ist nämlich auch so, ich bin nämlich richtiger No-Scaler, und da kommt ein Typ, der aber schnell zerfickt wird, flawless natürlich, wie es sich gehört, Mein Aiming ist trotzdem ziemlich bad heute, weil ich halt, ähm, keine halbe Stunde zocke, aber vielleicht jetzt mittlerweile schon eine halbe Stunde, aber, ähm, ist halt so, ähm, die Schuhe hätte ich gebraucht, die nehme ich mir vielleicht gleich nochmal mit, aber ich gehe jetzt erstmal weiter looten, Ich glaube, die OP-Route müsstet ihr mindestens einmal bei mir gesehen habt, haben, also, sie ist auf jeden Fall echt gut, ihr seht ja, was ihr jetzt für Stuff haben, ähm, hier ist nochmal eine OP-Chest, mit einer Eisenhose drin, dann sind nochmal eine, beziehungsweise zwei, wenn man Glück hat, Ja, ist wieder nur eine da, ah, das ist glaube ich gar keine OP-Chest, da hinten ist manchmal noch eine, hier, steht dann eine, äh, ist im Moment leider nicht der Fall, Deshalb begnügen wir uns jetzt mit den Lederschwiefeln und looten noch hier die Chests, ähm, falls ihr noch mehr wollt, da auf diesem Abschnitt vom Zug sind noch mehr Chests, aber die loote ich eher selten, weil das halt einfach normale Chests sind und ich die einfach nicht brauche, weil, ja, also das hier ist so ganz normales Equipment, man kann auch Besseres bekommen, Aber unter einem Eisenteil geht man wirklich selten hier raus Scheiße, Walfe-Skin ist ein Randy, bekommt aufs Maul Deshalb ist er jetzt auch tot Ich hab nichts gegen Walfe, aber, ja, keine Ahnung, ich mag's leuchten wenn, nicht wenn Leute irgendwie so YouTuber wie ungespielt, so die Skins von denen haben, mag ich nicht, so, keine Ahnung, ist meine Meinung, aber kann jeder für sich entscheiden Auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter, sind noch zwölf Spieler übrig, ähm, ja, ich hab jetzt übrigens auch meinen hundertsten Win in SG, also ich hab jetzt mittlerweile 108, wahrscheinlich jetzt 109, also wenn das hier die Aufnahme ist, dann hab ich jetzt 109, in dem Moment, ähm, ja, wir gehen jetzt mal zum nächsten Hier ist irgendwas mit Lava So, der hat, äh, gehörig aufs Maul bekommen Also bei Randys kann man halt die ganze Zeit critten, also bei, was heißt jetzt Randys bei nicht so guten Leuten, kann man die ganze Zeit crit jumpen Und die haben es halt echt schwer Dann zurückzuschlagen Ähm, das ist ein wenig Skin Ich hoffe mal, der tötet mich jetzt nicht Jetzt verschießt erstmal zwei Pfeile Noch einen Okay, er hat jetzt einen getroffen Den ich aber jetzt gleich wieder recken werde Alter, der hat aber auch echt viele Pfeile, der Typ Alter, ich werd ja noch reich So, Feuerzeug Er schießt weiter Pfeile Jetzt brennt er nochmal Nein, tut er nicht Jetzt muss ich auf meinen Ping hoffen Oh Gott Alter Das war knapp Er hat auch echt Besseren Stuff, glaub ich, als wir Beziehungsweise weiß ich gar nicht Also ich hab ihm ja FNS gegeben Und ich hab ihn öfters getroffen Keine Ahnung, warum ich so low war Wenn wir, wenn ich sogar noch besseres Equip hatte Vielleicht hab ich ihn ja auch nur einmal mehr getroffen Aber bringt jetzt auch nichts darüber zu philosophieren Tatsache ist, dass wir jetzt Weiter spielen können Und nicht tot sind Ich geh kurz ins Spawn und verzauber meinen Bow Mein Eis und Schwert ist mir dann immer die Chance zu Groß, dass da Crap drauf kommt Auf jeden Fall So, wenn wir jetzt hier den Bow entscheiden Haben wir Dann ist unser nächster Gegner in die Richtung Vielleicht ne In dem großen amerikanischen Haus da Also Wayswood ist im Moment eigentlich meine Lieblingsgruppe Map Weil einfach Es ist so ne richtige CW-Map Sie ist relativ groß Die Straßen sind viel cool Zum Kämpfen Also Ja, ist tatsächlich Ne, ist nicht da dran Wollt schon sagen Ähm, Deathmatch beginnt gleich auch Noch ein Spieler muss sterben Und der ist auf jeden Fall gleich tot Ähm, Emectro hat ein relativ Ah, okay Kann gut sein Seine Rot-Aim ist auf jeden Fall schon nicht ganz schlecht Ähm, ich muss nur Aufpassen Darf sich nicht zwei Hardhits von ihm kassieren Sonst bin ich im Deathmatch noch low Er spammt auf jeden Fall fröhlich TNT Ich würde schon zweimal zurück Ne, er wurde einmal zurückgebackt Ich auch Dann ist das fair Na klar Hahaha Also Er regt jetzt wahrscheinlich noch den Hit Bevor er drauf geht Ich bleib hier richtig schlecht stecken Mit der größten Randy Esst lieber mal was Übrigens, Leute Wenn ihr Äh, ich dachte schon Er geht auf den Chokepoint Wenn ihr gute Spieler seht Geht auf diese Feuerwehrleiter Und versucht den Leuten runterzuboxen Das klappt immer Ähm Wenn ihr das richtig anstellt Dann geht das schon Der Typ ist jetzt gerade richtig am Tryharden Wie ne Tryhard Bitch Und Sucht den Anderen Der wird jetzt gleich kommen und abstauben Ne Was macht der jetzt? Gehe ich lieber diesen Meatcake töten Oder? Mancecake Keine Ahnung wie er hieß So Ich sag mal wieder fröhlich feile Da ist ein Pfeil Ist hier irgendwo noch einer Der hat da Da ist jetzt auch noch einer Hab jetzt 15 Pfeile allein Mh Durch Er guckt, guckt Da kommt der Da kommt der Der kleine Kleine Hundesohn Oh, er hat getroffen Wow Alter Jetzt holt er aber den Aimbot raus Alles klar Ich bin dann mal weg und Weck das Oder auch doch nicht Was wird das? Was hat der da gelernt? Ein Schwert? Guck mal Er merkt das gar nicht Oh Gott Oh mein Gott Bin so schlecht Aber er auch Den darf er gerne haben Das ist mein einziger Gegner Oh mein Gott Jetzt wird Jetzt bekomme ich aus dem Maul Alter Wie er aufs Maul bekommen hat Und down ist er Relativ gut gemacht Find ich Ich renne jetzt fröhlich weg Weil ich echt keinen Bock Auf den habe Nee Er fuckt mich irgendwie Hab der Typ Wer kommt auch immer Das sind immer die Typen Die kommen Wenn Jemand low ist Noch ist noch jemand Im Deathmatch Gut Machen wir jetzt mal ein Schwert Nee Der wird kommen Nee Der sieht richtig Na Mit dem Randy Ja Ist er auch Kommt dann töd ich den schnell Die Runde müsste gleich auch gewonnen sein Mit sieben Kills Echt ne schöne Runde Ja Ja nun halt dein Maul Bitte Ich nehme gerade auf Der Typ nervt mich Ja ist okay Was ist Jan Was ist Ja Ja halt bitte dein Maul Geh jetzt weg Sorry Leute Alles klar Alles klar Juckt ihn einfach nicht Fuck ich verliere das noch Nein Nein Ich darf das nicht Alter Alter Scheiße Mann Alter Alter Leute Leute Alter Ich war so scheiße Ich hab so scheiße gespielt Und ich hab's noch gewonnen Alter Leute Wenn euch das gefallen hat Und das für euch spannend genug war Dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben Wenn es euch nicht gefallen hat Dann disliket das ganze bitte Aber dann Wenn ihr das disliket Dann schreibt ihr bitte auch in die Kommentare Was euch nicht gefallen hat Ähm Hater Äh Können sich Also Hater können sich Wirklich Ist mir scheißegal Was ihr mir sagt Also Ich seid dann sowieso nicht älter als elf Oder keine Ahnung wie Naja auf jeden Fall Könnt ihr mich auch abonnieren Wenn es euch Passt Und dann Ja Sehen wir uns einander mal wieder Tschau Bis zum nächsten Mal Tschau 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 Tschau